weiter jetzt bei super mario odyssey im letzten part hatten wir einen ziemlich schweren bosskampf und jetzt sollen wir da gehen warte habe ich das richtig gesehen der chipball auf dem blumenturm ist nicht mehr da somit auch der weg dorthin nicht jetzt sind die panze da alter das ist ja echt übertrieben und schauen wir doch mal weiter die 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 Gib mal so'n Pflanzenteil da her... Ich hab nämlich... Du konntest ihn sehen... Danke Kumpel... Es gibt sicher noch einen oder anderen Mond zu sehen hier... Ich werde versuchen... Also wir haben ja jetzt 3 Quests im Forte gelöst... 2 muss ich noch einberechnen für... 2 Quests... Das heißt... Ich benütze noch 7 normale... Wohndestände... Da ist mir eins! Bis zum nächsten Sommer und ciao!